Oh Gott, äh, hätte ich mir vorher Okay, dann geht's jetzt weiter Sorry Muss ja auch mal sein Ich hab trotzdem nicht die Taste gefunden Was, jetzt muss ich? Achso, jetzt geht's weiter Spulen bereit Batterien sind aufgeladen Oh, ich kann sogar das machen Hilfe, der Feind greift uns an Batterien sind aufgeladen Musst du auf N gehen Dann hast du so ne Auswahl Auf was auf? N Auf N hab ich irgendwas anderes Aber nicht das, was du willst Ach, M, M, sorry Wie in Marta Ah, okay Batterien sind aufgeladen Ja, aber wo ist denn jetzt die Taste? Die ist aber relativ unnötig für uns Ich mein, wir sind hier über TS Können wir direkt miteinander kommunizieren Ja, es ist unnötig für uns, aber ich find's witzig Ausbilden Flakdrubber meldet sich zum Dienst Wo ist alles aus dem Türen? Hast du schon ne Kaserne gebaut? Flakdrubber meldet sich zum Dienst Musst du noch machen Achso Und ich sollte mal anfangen, die Armee aufzubauen Flakdrubber meldet sich zum Dienst Okay, die Erzminen halten ein bisschen länger Seh ich gerade Wir haben 82.000 Erz drin Oh, weh! General Krukhoff würde über ihre Niederlage keine Träne vergessen, mein Freund So ein Fehlschlag wäre für meine Autorität äußerst unerfreulich Und er würde Krukhoffs Machtgier und Einfluss vergrößern Machen Sie ihm einen Strich durch die Rechnung Alle Einheiten einer Urordnung Feindlicher Stützpunkt entdeckt Neues Einsatzziel erhalten Und das Verbindete hat angesessen Energiezufuhr Eine Einheit wird angekündigt Oh, verdammt! Natürlich Ist meine erste Reihe Dummerweise Besteht meine erste Reihe aus Wulfrock Das sollte man vielleicht nicht machen Will sie mal mitfahren? Testen wir die Systeme Alle Systeme stabil So Feindliche Einheiten entdeckt Eine Pause in der Aufnahme Äh, was? Du willst Pause machen? Irgendwelche Freiwilligen Ja, Essen ist fertig bei uns Okay Einen Moment Dann machen wir jetzt mal das hier Genau Und ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme Wir spielen dann gleich weiter So, wir sind wieder da Und wir spielen dann auch gleich mal weiter Verstehen dann Wüsste funktionieren So Ja Feindlicher Stützpunkt entdeckt Da kommen ein paar U-Boote oder so Eine Einheit wird angegriffen Aufladen Okay Neues Einsatzziel erhalten Elektroden aufladen Feindliche Einheiten entdeckt Neues Bonds zu erhalten Einheit verloren Aufladen Ja Diese Stützpunkt verteidigt Irgendwelche Freiwilligen Eine Einheit wird angegriffen Die Strafnos sind einsatzbereit Mit ihnen können wir die feindliche Verteidigung knacken Verstärkungen sind eingetroffen Unser Stützpunkt wird angegriffen Wir kommen Jetzt wird hier aber auf Skype angeschrieben Verstanden Wir kommen Wird gebaut Systeme bereit Schüsse funktionieren Sehen das doch So Wir schauen mit zwei Dreadlocks Transporter steht bereit Nach hinten? Natürlich Aufgeladen Aufgeladen Ich zeige hin die Gegend Jetzt schon Batterien sind aufgeladen Schauen Sie ein Ingenieur Das kann ich tun Das könnte nützlich sein Ich schnapp mir die Werft Achso Mach ich auch grad Gucken wir die auch grad machen Batterien sind aufgeladen Schauen Sie ein Ingenieur Zählt dann glaube ich hier für uns beiden Wo ist der versprochene Proviant? Eine Einheit wird angegriffen Sie wollten es so Das ist unser Tag genossen Gleich kommt noch mehr Was habe ich zu verlieren? Das ist für dich Eine Einheit verloren Wo sich das mit mir rumschleppen Dreadnoughts Jetzt bomben wir das Reichen Grund und Boden Das Wasser wird sich rot Dreadnought und ihre Besatzung sind bereit Die See zittert unter uns Tissen wir die Systeme Das Wasser wird sich rot Feindliche Einheiten entdeckt Feindlicher Stützpunkt entdeckt Unser Verbündeter wird angegriffen Rockendock erobert Lästige Fliegen Die Feinde der Union werden Vorwärts Stingray Testen wir die Systeme. Irgendwelche Freiwilligen? Das Wasser wird sie loswerden. Unsere Feinde werden untergehen. Feindliche Einheiten entdeckt. Ach, du machst die da hinten schon Platz. Oh, sehr schön. Ja. Bonus-Ziel erreicht. Eine Einheit wird angegriffen. Oh, sind meine... ...Kurzauftransporter. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Ausbildung. Hm, wir haben meine Seife vergessen. Flaktoren werden natürlich laut dient. Batterien sind auf... Weiter feuern! Wie lange haben wir auf diesem Moment gewandet? Flaktoren meldet sich zum Dienst. Meiner Rehen sind aufgeladen. Stationieren Sie Ihre MBF und errichten Sie eine vorgeschobene Base. Wir wollen uns langen Mostop zurück. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Verschont niemanden. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Stingray. Ja, toll. Es ist mir gut gut, wieder russische Gesichter zu sehen. Wir setzen Ihre Gebäude entstand, kein Problem. Modifikationen aktivieren. Feindliche Einheiten entdeckt. Flaktoren meldet sich zum Dienst. Eine Einheit wird angegriffen. Wir kommen. Elektroden aufladen. Elektroden aufladen. Elektroden aufladen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das Wasser wird Sie rot fern. Wir müssen Sie vernichten. Einheit verloren. Krankenhaus erobert. Mal sehen, wie viel Sie aushalten. Position zurücksetzen. Feindliche Einheiten entdeckt. Neue Bauoptionen. Aufladen. Bau abgeschlossen. So, das Krankenhaus habe ich auch eingenommen. Wird gebaut. Stingray. Elektroden aufladen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich habe schon meinen Drückenkopf hier vorhin auf dem Festland gesichert. Okay. Wenn der Premier uns jetzt sehnt, unsere Feinde werden untergehen. Nochmal. Weg von meinem Stingray. Bau abgeschlossen. Fahrwerk aktiviert. Jetzt wird gesammelt. Wir kommen. Fahrwerk aktiviert. Fahrwerk aktiviert. Wir sehen, was passiert. Wir kommen. Fahrwerk aktiviert. Fahrwerk aktiviert. Eine Einheit wird angegriffen. Die Feinde der Union werden brennen. In dem Krieg. Ziel wählen. Kriegsgerät. Wir beherrschen diese Gewässer. Niemand widersetzt sich der Union. Wohin soll's gehen? Ich bin bereit. Dolly ist doch nicht so intelligent und... Wird gebaut. Gut denn... Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Spulen bereit. Bau abgeschlossen. Elektroden aufgeladen. Dann klettern wir an. Wie bitte? Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Zu wenig Energie. Wird aufgeladen. Wird gebaut. Orbitalschauer bereit. Systeme bereit. Alle Systeme stabil. Bau abgeschlossen. Elektroden aufgeladen sind aufgeladen. Stingray. Aber wenn du beleid bist. Eine Einheit wird angegriffen. Wird aufgeladen. Wird aufgeladen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Energie zu holen. Batterien sind aufgeladen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung. Die Hafenstützpunkte sind zerstört. Ausgezeichnet. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die kaiserliche Garnison und vernichten Sie sämtliche Reichstruppen, die im Hafen sind. Meine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Frontal angreifen. Hatten nichts mehr zu verlieren. Neues Einsatzziel erhalten. Energie zu Fuß. Und das Verbindete wird angegriffen. Ziel wählen. Aufgeladen. Ausbildung abgeschlossen. Freundschaft-System. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sie haben einen Palast. Auf unserem Boden. Dafür bezahlen Sie. Gut, dass ich da mit der Stützkampf verteidigung stehen hatte. Die haben dir deine Marinewerft kaputt geschossen, allerdings. Ja, habe ich mal gesehen. Ja, habe ich mal gesehen. Flつf. was passiert sich zum dienst alle system ist der wahre patriotendienst eine einheit wird angegriffen unser verbündeter wird angegriffen flach truppe landet nicht zufrieden hoppala tschuldigung das müsste doch gleich nach der nano-kern kommen oder wenn wir mal nur sparen mein palast rührt ihn ja nicht an das werdet ihr bereuen oh die wählen und eigentlich will ich die einheit verloren eine einheit wird angegriffen flach truppe ihr spiel und flach truppe die 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 Na gut dann kann ich das auch wenn man nutzen um Skype auszumachen Moment so wir sind wieder da das Ende der letzten Mission ist leider jetzt nicht mehr mit drauf aber egal das waren nur ein paar Sekunden die jetzt hier gefehlt haben mir ist auch gleich das Spiel danach nochmal kurz abgeschmiert ja ich wir machen jetzt einfach hier weiter und zwar müssen wir das ganze jetzt wieder neu machen hier das Spiel kennen wir ja schon Genf meine lieben Mitbürger ich bedanke mich dass sie mich zu ihrem neuen Präsidenten gewählt haben ich werde unser Land mit Bedacht durch diese wirklich dunklen und gefährlichen Zeiten führen der Vorstoß der Sowjetunion nach Europa bedroht den Fortbestand unseres Landes wir haben Truppen und militärisches Gerät nach Europa verlegt aber ob wir in den Krieg eingreifen steht noch nicht fest bis jetzt ich habe beschlossen unsere Anstrengungen zu verfünffachen bezüglich dieses großen Konflikts es ist Zeit höchste Zeit dass Amerika Stellung bezieht und alles daran setzt um den Kommunismus Einhalt zu gebieten wenn wir das nicht tun wenn wir warten wird es wird es sehr bald leider zu spät sein fast schon hatten wir den Sieg in der Tasche und jetzt das der neue amerikanische Präsident ist ein ignoranter Fanatiker er würde uns am liebsten vom Antlitz der Erde tilgen er hat die Alliierten aufgerüttelt und ihnen neue Hoffnungen gemacht wir müssen sofort zuschlagen bevor sie ihre Truppen mobilisieren können sind sie bereit General? natürlich Kommandant wir greifen die Alliierte Kommandozentrale in Genf an bevor der Feind sie verstärkt sie werden den Angriff leiten und ich stoße zu ihnen mit der ganzen Macht des sowjetischen Militärs das wie Danje machen sie sie fertig Nikolai wir müssen die Alliierten aufreiben bevor die amerikanischen Entsatztruppen eintreffen unser Hauptziel ist eine vorgeschobene Kommandozentrale in Genf vernichten sie diese Basis bevor die Alliierten sie als ein Sprungbrett in unser Hoheitsgebiet verwenden können der General wird zu ihnen stoßen sobald er weg geebnet ist also, Rammenschweck und dem Landesinneren einen Standort errichtet der Premier wünscht das General Crew wir dürfen ab jetzt auch Tesla Spulen bauen wenn ich mich nicht täusche ne? analysieren sie die Feindbewegungen in Seenähe versenken sie alle Marineeinheiten auf die sie stoßen die Luft stinkt nach Kapitalismus Warnung Chronosphäre geortet Chronosphäre geortet Warnung Chronosphäre geortet Okay, ich habe einen Superreaktor. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. Neues Einsatzziel erhalten. Systeme bereit. Verschwimmende Ziele, das gefällt mir jetzt erstmal gar nicht. Wir haben immer noch keinen Presskran. Sie können in Ihren eigenen unter den Strukturen des Kukomandeurs neue Gebäude errichten. Alle Systeme stabil. Wird gebaut. Systeme bereit. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Repariert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Ausbildung abgeschlossen. Angriff! Also die große Sowjetarmee schickt Sie, um uns aus Genf zu vertreiben. Da bin ich aber froh. Als ich hörte, dass Ihr Jungs kommt, dachte ich erst, es wird ein harter Kampf werden. Unzureichende Mittel. Juhu, ich habe schon unzureichende Mittel. Feindlichere Ingenieure entdeckt. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Alle Systeme stabil. Spulen bereit machen. Ingenieure nicht mit mir. Warten, eine Chronosphäre wurde aktiviert. Unzureichende Mittel. Überraschung, Commander. Wir können im Bruchteil einer Sekunde unsere Flotte verlegen. Eine verrückte Sache, aber kann vielleicht nützlich sein. Verbindung vorbereiten. Rekrut hier. Dieser Stützpunkt wird angegriffen. Ich bin bereit. Delfine sind keine Süßwassertiere. Was geht hier vor? Unzureichende Mittel. Die Bedrohung durch die alliierte Flotte ist größer als erwartet. Sie wurden autorisiert, Akula-U-Boot einzusetzen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Wird gebaut. Ist es Zeit? Natürlich. Rücke vor. Was, was gibt's? Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel wird angegriffen. Stingray. Sehen uns doch Spulen bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Systeme bereit. Seht ihr etwas? Weiter. So, ich hab Akula-U-Boot. Unzureichende Mittel. Das ist sehr schön. Ausbildung. Ich bin bereit. Wir sind so weit gekommen. Ich bin bereit. Alles schana geht. Ich lobain. Was.